Das Produkt von zwei natürlichen Zahlen m und n beträgt 795.708 und ihr größter gemeinsamer Teiler ist 93. Frage, wie groß ist ihr kleinstes gemeinsame Vielfache? Im vorigen Tutorial haben wir diese bemerkenswerte Eigenschaft bewiesen anhand eines Beispiels, das man dann sofort verallgemeinern konnte. Das Produkt von KGV und GGT von zwei Zahlen ist genau dasselbe wie das Produkt dieser zwei Zahlen. Daraus schließen wir natürlich, dass das KGV von m und n dasselbe ist wie m mal n geteilt durch GGT von m und n. Aber dieses Produkt, das wird angegeben und der GGT von m und n auch. Also brauchen wir nur, diese Zahl durch 93 zu teilen und erhalten so als gefragtes KGV 8.556. Und diese Übung ist schon beendet.